Es teilt alles darauf hin, dass die Schwankungen zunehmen. Das ist leider so. Aber wieso? Wieso sie zunehmen? Ja, da gibt es verschiedene Theorien. Es gibt verschiedene Theorien. Man schaut es bei diesen Crashs an. Man ist der Meinung, dass es vor allem mit Computertrading zu tun hat. Sie machen das prozyklisch. Ich habe den Eindruck, es hat auch damit zu tun, dass Menschen leichter rein und rausgehen können. Du kannst auf die Map sagen, ich gehe jetzt komplett aus dem Markt raus. Du kannst dir alles verkaufen, wenn du nicht hast. Früher war es schwierig. Du musst es anrufen oder sogar dich identifizieren. Jetzt kannst du viel schneller reagieren. Dieser Ding ist dann schnell gemacht. Der ist leicht zu weit. Wenn sich das quasi summiert, wie viele Leute das machen? Wenn du einen Back-Swipe machen, dann geht es einfach viel tiefer runter. Okay. Also das war sicher etwas. Was auch dazukommen ist, dass die Transaktionskosten viel tiefer wurden. Also wenn es dir etwas kostet, zu wipen. Wenn es etwas kostet, dann machst du es eher nicht. Ja. Überleihst du zweimal. Je billiger das wird, desto mehr überleihst du es. Das ist sicher auch ein Designfehler beim Viag. Dass sie dir das quasi nicht belasten, dass du swipest. Also sie müssen eigentlich eine Änderung der Strategie belasten. Oder sagen wir mal, sie darfst es einmal gratis machen, aber nicht regelmässig. Ja. Man denkt, das sind so Qualen, wo die Volatilität herkommt. Und dann ist es auch noch etwas, die Zinsen sind ja so tief, oder? Mhm. Wenn die Zinsen sehr tief sind, dann ist es wie ein riesiger Hebel, weisst du? Man muss dir vorstellen, 1% von 10%, also wenn du von 10% Zinsen auf 11 gehst, ist das nur eine Veränderung von 10%. Mhm. Wenn du von 1% auf 2% gehst, dann ist es 100%. Und du hast da viel höhere Hebel drin. Ja. Also wir sind momentan, je näher du zu Null kommst, die Null ist ja unendlich, oder? Also das ist immer mehr Hebel. Und du bist eigentlich jetzt in einer Situation, wo die ganzen Assets extrem teuer sind, sagt man, die Aktien und Obligationen. Und noch lange können teuer bleiben, ein Stück aus denkbar, wenn sie nicht so tief bleiben. Wenn sie sich aber ein wenig verändert, können sie sehr stark reagieren. Okay. Also man ist in einer viel heiklerer Situation mit tiefen Zinsen. Also zusammengefasst, lieber Hermann, ratest du mir, wenn ich dich richtig verstanden habe, das so weiterzumachen? Einen Betrag, den ich verschmerzen kann, in eine langfristige Anlagestrategie zu investieren. Und anhand dessen, was ich gut finde. Und das quasi dann dort einfach auch zu lassen. Und gleichzeitig darauf zu verzichten, den Glücksspieler zu aktivieren, die... Würde ich jetzt noch nicht machen. Würdest du noch nicht machen? Ich würde zwei, drei Jahre warten. Und aufgrund dann von einer gewissen Erfahrung und Sachkenntnis? Und jetzt, weißt du, es kommt dann sowieso. Das Bedürfnis kommt sowieso. Ja, okay. Okay. Für mich ist es, wie gesagt, alles sehr neu. Und ich habe dann schnell gemerkt, okay, das überzeugt mich. Dass man eben das langfristig auch anschaut und behandelt. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, ich habe es mir etwas spannender vorgestellt. Es läuft ja jetzt wie nichts. Ich bin überhaupt überrascht, dass du angefangen hast. Was hat dich dazu bewogen, plötzlich selber die Sache in die Hand zu nehmen? Also grundsätzlich, die Sachen, die du mir gesagt hast, darüber, dass Banken und Versicherungen so viele Gebühren nehmen, dass ich dann einfach den Lohn finanziere mit meiner Anlage. Das hat mich gestört. Dass ich etwas Autonomeres wollte. Stimmt mich auch. Der Grundimpuls war, als du gesagt hast, dass du eben eine genossenschaftliche ... Wie hast du es genannt? Eine Genossenschaft? Eine 3-Jahre-Genossenschaft. Ja, 3-Jahre-Genossenschaft. Also ich finde, der Gedanke hat mich halt überzeugt. Und dann hast du mich gebeten, deine Texte zu überarbeiten. Und dort habe ich gemerkt, im Vergleich zum letzten Mal, als ich das gemacht habe für dich, habe ich das Gefühl, ich verstehe es besser. Und bei, fängt es mich an zu interessieren. Okay. Und ich hatte auch immer so eine Abneigung gegen Aktien, weil das für mich sehr nahe bei der Habgier war. Okay. Und das ist auch etwas, was sich verändert hat. Denn mittlerweile hat es sich für mich verschoben zum Thema Sparren. Genau. Oder? Und ... ... Erarbeitung von Altersguthaben. Ich sehe es jetzt mehr dort. Und ... Aber das ist auch wieder eine persönliche Angelegenheit. Also, dass ich ... ... Geld ... ... oder Besitz ... ... oder das Streben nach Besitzen ... so quasi wie ... ... a priori verurteilt habe als etwas Verwerfliches. Und mittlerweile sehe ich einfach, ja ... ... das Leben hat nun mal seine Kosten. Und es ist nicht lässig, wenn du dich nicht bestreiten kannst. Das ist blöd. Und ... ... äh ... ... ich fühle mich halt einfach besser, wenn ich ... ... äh ... ... Pölsterchen habe, auf denen ich mich abstützen oder einfach auch absetzen. Oder? Und du hast lieber größere Pölsterchen, als das ein Teil von Pölsterchen bei der Bank ist quasi. Darum machst du es jetzt selber. Äh ... Ja, es stört mich auch, dass ... ... quasi die Bank einfach das für mich ... ... nimmt ... ... und eigentlich keine Leistung erbringt. ... so zu nehmen. Und am Schluss mir das zwar zurückgibt, aber wirklich vermindert. Ich finde das nicht okay. Ja. Das wollte ich nicht. Hast du nie Angst gehabt, du könntest es nicht? Mal ... ... äh ... ... natürlich einfach aufgrund von mangelnder ... ... äh ... ... Kenntnis von den Materien, oder? Also das Ganze, wenn du ... ... das mal anschaust, dann ist es einfach seltsam, oder? Nur schon all die Fachbegriffe. Allein schon dort. Es fängt ja schon dort an, oder? Und ... ... und all die Abkürzungen. Das hat etwas ... ... etwas Verunsichertes, finde ich jetzt. Aber ich habe ... ... ähm ... ... ich habe mir ein Buch gekauft. Ähm ... 50 Schachttricks. Okay. Das heisst, glaube ich ... ... es ist eine ... ... eine Empfehlung für Kinder sogar. Aber sie sagen in der Beschreibung, dass natürlich auch ... ... der Hobbyspieler profitieren kann. Und ich glaube, ich würde mir jetzt ein Buch ... ... äh ... ... zum Thema Börsen. Wo ... ... wo wir auch ... ... ein bisschen ... ... die Basics ... ... näherbringt. Hast du einen Buchtipp? Einen Buchtipp? Einen Buchtipp? Einen Bucht. Einen Bucht, im Übrigen. Also die Autoren sind in Amerika unter einem ... ... viel höheren Kontextbereistungen. Ja. Ich persönlich, jetzt, wenn ... ... Englisch lesen kein Problem ist, ... ... würde schauen, ob es amerikanische Literatur gibt, ... wofür selber Sparer denkt. Okay, alles klar. Dann würde ich einfach schauen, was ist beurteilt worden, gut beurteilt worden. Dann kannst du auch reinschauen ins Inhaltsverzeichnis. In Amerika ist es so, dass die Steuern eine Rolle spielen und alles was Steuern ist, interessiert dich noch. Also du musst wirklich darauf achten, du bist jetzt Aktien- wie ein Aktienpicker quasi. Und du musst schauen, dass es dir erklärt wird, wie das aussieht mit Aktien auszuwählen. Wie hast du das Handbuch gefunden, das ich geschrieben habe? Gibt es noch Dinge, die fehlen? Ich habe es sehr gut gefunden, weil es halt einfach mit so Irrglauben aufrund, radikal. Das hat mir einfach sofort zugesagt. B, habe ich es gerade verstanden. Es war für mich ein sachfremdes Thema, der aber so verhandelt wurde, dass ich es verstanden habe. Also ich habe nicht herumgerätselt. Jetzt kommt natürlich der Autor, ich würde es kürzen. Ja, ich würde es kürzen. Und ich würde dieser Frage spekulieren, ja oder nein, würde ich noch ein weiteres Kapitel bitten. Okay. Das würde ich auch noch beantworten. Aber ich finde das Handbuch, finde ich ein super Tool für jemanden, der sich neu mit diesem Thema beschäftigt. Wenn du einfach ohne irgendetwas dornherein gehst, hast du natürlich das Gefühl, ich muss schnell schauen, was hat die AFZ in der letzten Woche gemacht. Ja. Wenn sie so hochgegangen ist, gehe ich davon aus, dass sie das jetzt weiterhin machen wird. Und das ist, du sagst ja, nein, das funktioniert nicht, weil die Vergangenheit ist irrelevant für die Zukunft. Das ist nicht wie ein Mensch, der 20 Jahre Alkoholiker war, wo du davon ausgehen kannst, dass er jetzt nicht plötzlich anfängt, Yoga zu machen. Wer weiss. Ja, nein, du kannst quasi von der Vergangenheit Ableitungen machen für eine mögliche Zukunft, eine wahrscheinliche Zukunft. Und das habe ich wirklich super gefunden. Also dass du gerade sagst, hey, schau, das, was du gehört hast über das Thema Aktien, das ist nicht so, wie es läuft, oder? Mhm. Und das Handbuch finde ich super, aber ich würde wirklich noch ... Spekulation fehlt nahe vom Thema her, oder? Ja. Also, dass du auch sagst, hey, du kannst es machen, aber es kommt im Rücksspiel ein, und wenn du es machst, dann arbeitest du zuerst ein bisschen Erfahrungen an. Vielleicht zum Abschluss, was würdest du jetzt jemandem mitgeben, der noch nichts davon weiss und jetzt erzählst du denn, du kaufst Aktien selber, was würdest du denn für einen Ratschlag mitgeben? Ich würde ihm mitgeben, ihm empfehlen, deinen Newsletter zu abonnieren. Ja, danke. Und dir würde ich empfehlen, zu diesem Newsletter jeweils, gerade für die Leute, die nicht Profis sind, vielleicht noch so wie ein zwei, drei Sätze, einen Miniblog zu machen. Oder was hast du gerade beobachtet? Warum hast du jetzt genau das da empfohlen? Was heisst das? Also immer noch so, dass ich noch ein kleines Learning habe, und nicht einfach nur in diesem Sinne Daten, oder? Also du bist eigentlich, mit dem Newsletter gibst du mir quasi ein Auswertungsergebnis bekannt. Und zu dem wünsche ich mir auch noch einen Kommentar. Gleichzeitig ist es für mich natürlich sehr hilfreich, oder? Ich sehe, aha, die kombinierte Strategie ist da bei Hund, das ist sehr solid, oder? Und wie gesagt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, Moment, der Gewinn, oder der Value ist im Moment nicht so hoch, dafür sind die sicher finanziert. Also da ist das für mich immer noch sympathisch, oder? Also ich finde, das Obermattsystem ist mir zugänglich gewesen, und es ist mir auch sympathisch, ich habe es verstanden, oder? Also ich habe gesehen, da hat sich jemand Gedanken gemacht, auf eine neue Art zum Thema. Aber eben, wie gesagt, ich wünschte mir quasi, dass du jeweils in diesem Newsletter noch etwas aus deinem Handbuch zitierst. Einfach so einen Gedanken noch mal kurz formulieren, das fände ich cool. Gut, herzlichen Dank. Ich danke dir, Hermann. Wir machen das wieder. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke, gleichfalls. Ich wünsche dir. Merci.